Hanna McKibbin. Hanna McKibbin liegt momentan auf dem 21. Rang, aber für sie war ja die Olympia-Teilnahme schon ein Riesenerfolg und das hat sie bis jetzt auch einfach genossen. Und wir genießen jetzt ihre Performance. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben gerade eine Keule verloren. Ups, zum zweiten Mal. Zum dritten Mal. Das ist jetzt aber echt viel. Da wird sie motiviert von den Zuschauern. Das war's. Das war's. Das war's.